JFT, just fair and direct. Und uns dort mal wieder eine Thematik heraussuchen, die durchaus für den einen oder anderen interessant sein sollte. Und zwar geht es darum, dass zum einen die Verlustverrechnungsbeschränkung eventuell aufgehoben wird und als zweiter Punkt, dass ja Derivate eigentlich eine Nachschusspflicht mit sich bringen, aber dann eben zukünftig, dass zumindest für den Otto-Normalverbraucher eigentlich nicht mehr so sein soll, zumindest im Future-Bereich. Das ist das Thema, was wir uns heute schnappen werden zusammen mit dem Jan. Ich bin auch sehr gespannt, weil mich interessiert es natürlich auch. Klar, ich beschäftige mich mit den Thematiken auch, aber vielleicht kommt sogar von mir die eine oder andere Frage heute. Also sei gespannt, mein lieber Jan. Ich glaube, ihr seht ihn sogar schon an der Stelle. Er lächelt. Das Lächeln ist da. Es ist dunkel in Berlin. Also, the stage is yours. Leg los, mein lieber Jan. Danke dir, Markus. Du sagst also heute mal ein etwas anderes Thema. Einige von Ihnen und von euch waren wahrscheinlich schon bei unserer Webinarreihe. Wir haben uns viel mit Themen rund um die GmbH beschäftigt, welche Asset-Klassen, in welchen Situationen. Wir werden auch da heute einen kleinen Verweis drauf machen, aber wir werden heute viel weniger uns, sage ich mal, auf die GmbH als solche fokussieren, sondern ein bisschen tiefer in die möglichen Änderungen. Das Ganze wird wahrscheinlich ein bisschen kompakter als sonst sein, weil du hast es schon gesagt, Markus, es gibt zwei große Änderungspakete. Die sind beide relevant, sind aber auch recht fix erklärt. Deswegen, ich halte es kurz. Am Ende könnt ihr entscheiden, ob ihr noch Fragen habt oder sonst halten wir es kurz und knackig heute. Und genau, wie gesagt, wie immer, jederzeit gerne die Fragen einstreuen. Der Markus hat freundlicherweise ein Auge drauf. Markus, du entscheidest dann, ob wir das nach hinten schieben oder direkt rein. Da hast du, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für. Machen wir das, genau. Genau, ansonsten würde ich sagen, kommen wir direkt zur Sache, würde ich sagen. Und damit, wie gesagt, herzlich willkommen. Und wir starten ganz kurz mit dem langweiligen Part, nämlich dem Risiko- und Haftungsausschluss. Das ist ein Webinar allgemeiner Natur und wir machen heute keine individuelle Anlageberatung für euch, sondern geben euch allgemeine Informationen zu dem Sachverhalten rund um die Themen GmbH, Änderungen im Steuerrecht und wie ihr damit agieren könnt. Wenn ihr individuelle Informationen abgreifen wollt, könnt ihr jederzeit gerne euren JFB-Ansprechpartner oder bei uns zweitseitig ein Beratungsgespräch ausmachen. Das heute ist allgemeiner Natur. Deswegen auch bitte dafür Verständnis, wenn ihr nachher Fragen schicken solltet, ich probiere alle zu beantworten. Bei Fragen, die sehr an eine Individualberatung reingehen müssten, müsste ich wahrscheinlich nochmal auf ein individuelles Gespräch mit uns verweisen. Aber das schauen wir uns dann an. Und damit genau mein zweites JFD-Webinar, das ich heute halte. Ihr habt, falls ihr schon öfters dabei wart, vielleicht schon den Felix oder den Daniel gesehen. Ich bin Jan, Head of Sales by Wight, betreue in der Funktion unser Beratungsteam und die Kooperation mit Partnern. Wie auch zum Beispiel JFB. Und genau, da ist aber genug zu mir und jetzt lasst uns in die Thematik einsteigen, deswegen seid ihr alle hier. Und wir starten nochmal ganz kurz mit einer Forschung, wer sind wir eigentlich, falls ihr uns noch nicht kennt. Wir bei Wight haben als Vermögensphilosophie, hohe Steuern hindern dich am Vermögensaufbau. Wenn man über Renditeerhöhungen nachdenkt, wie kann ich erfolgreicher traden, wird sehr oft geguckt, okay, wie kann ich denn noch mehr aus meiner Strategie rausholen, wo kann ich denn vielleicht noch ein bisschen bei den Brokergebühren sparen. Es wird also oft auf der Seite nach Kosten, nach Steuern geschaut. Und was wir bei Wight gesagt haben, hey, der größte Kostenblock, nämlich die 26% Kapitalertragsteuer, die ihr im Schnitt auf jeden Trade zahlt, ist eigentlich einer der größten Vehikel, die ihr habt, um nachhaltig mehr Vermögen aufzubauen. Und deswegen sind wir bei Wight in Deutschland unterwegs als diejenigen, die euch helfen, Low-Tax-Investing mittels einer GmbH zu absolvieren. Und da sind wir als Wight selbst kein Broker, sondern wir kooperieren, die hier mit JFD zum Beispiel und helfen euch, mit JFD erfolgreicher traden zu können, den wir weiterhin euren gewohnten Broker nutzen können, das aber in einer besseren Struktur, in einem besseren Konstrukt. Und ganz kort und klagig gesagt, das gucken wir uns heute nicht im Detail an, aber unsere Devise ist, wer dauerhaft Steuern spart, kann mehr reinvestieren und damit schneller und langfristiger besseres Vermögen aufbauen. Wenn ihr dazu generell nochmal Informationen haben wollt, schaut gerne mal in frühere Webinare rein oder auf unsere YouTube-Videos, auf unserem YouTube-Channel, einfach mal nach Wight Capital schauen. Heute, wie gesagt, gehen wir weniger auf die Fundamentalthemen der GmbH ein, als, und da gehe ich direkt weiter, auf die möglichen Änderungen, die uns 2023 erwarten. Und da gibt es viele. Es gibt unglaublich viele Änderungen. Wir haben uns das angeguckt. Wenn es um steuerliche Änderungen in 2023 geht, gibt es ein 60-seitiges Dokument, was aktuell auch von den Steuerberatern durchgearbeitet wird, wo unglaublich viele minimalinvasive Themen stehen, mit denen ich euch heute nicht langweilen werde. Weil am Ende des Tages ist es ein relativ unspektakulärer Jahreswechsel. Es gibt nicht irgendwie die eine große Reform, die alles verändern wird, aber es gibt durchaus Themen, die euch berühren werden. Und das haben wir in zwei Themen zusammengefasst. Und zwar ist das einmal Thema 1, die Nachschusspflicht bei Futures, was damit auf sich hat, erzählen wir euch gleich nochmal, und die Verlustverrechnung, die eventuell gekippt wird. Was sogar, und da seht ihr auch, da beraten wir auch so weit ganz offen, für viele, die vielleicht bisher die Sorge hatten, Mist, ich kann meine Trading-Strategie nur noch in der GmbH haben. Wenn die Verlustverrechnung wegkippt, vielleicht wird es auch wieder privat möglich. Das gucken wir uns gleich in Ruhe an. Aber das sind die zwei großen Themenblöcken, die wir heute für euch haben. Genau, und lasst uns damit direkt mal reinsteigen. Und zwar als allererstes die Nachschusspflicht bei Futures. Das ist eine große Folie, steht viel drauf. Am Ende ist es relativ überschaubar. Und zwar ab dem 01.01.2023 wurde von der BaFin entschieden, den Futures-Tunnel für Kleinanleger einzuschränken. Und zwar in der Hinsicht, dass nur noch Futures ohne Nachschusspflicht von Kleinanlegern, also alle Anleger, die nicht als professionell eingestuft sind, getradet werden würden. Und was ihr hier seht, ausgenommen, sind tatsächlich nur Kleinanleger, die wirklich real wirtschaftliche Preisrisiken absichern. Das ist in der Landwirtschaft sehr üblich. Das wird aber real bei euch nur in den wenigsten Fällen der Fall sein. Und ihr werdet Futures ganz klassisch mit einer Renditeabsicht handeln, nicht um euch vor Preisrisiken zu schützen. Und damit ist als klassische Future-Trading, wie ihr es bisher vielleicht getrieben habt, so nicht mehr möglich ab nächstem Jahr. Und das ist etwas, wir haben es unten sehr diplomatisch ausgedrückt. Also die BaFin sagt dahinter, es geht um den Anlegerschutz. Man möchte den Privatanleger vor der Nachschusspflicht schützen, damit man entsprechend nicht mehr in solche Situationen kommt. Jetzt kann man lange darüber streiten, ist das ein Schutz oder ist das eine Bevormundung? So würde ich mit euch heute gar nicht reingehen. Ich sage gleichzeitig, viele von euch werden im CFD-Geschäft unterwegs sein. Markus, da erzähle ich dir auch nichts Neues. Im CFD hattet ihr das Thema bereits. Ich bin gar nicht sicher genau, seit wann. Das ist schon einige Jahre her, dass die Nachschusspflicht eingezogen wurde. Das Gleiche haben wir jetzt, wie gesagt, bei Futures. Als Vielanleger unter euch, die regelmäßig im Future-Geschäft unterwegs sind, können das in dieser Form nicht mehr machen, sofern eine Nachschusspflicht besteht an der Stelle. Und da gibt es tatsächlich nur einen Ausweg raus und der ist leider auch nicht über die GmbH zu lösen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das ist nämlich ein Thema, was wir aktuell oft in Gesprächen haben. Wir haben viele Kunden, die sich aktuell an uns wenden und sagen, hey Jan, ich habe das mit der Nachschusspflicht mitbekommen. Ich möchte weiter meine Futures handeln. Kann ich nicht einfach eine GmbH gründen? Und ich wäre ein größter Fan. Ich meine, die, die mich schon kennen aus anderen Webinaren, ich bin ja der, der das GmbH-Konzept als solches vertritt und großer Fan davon bin. Allerdings ist es nicht das Vehikel, um euch vor dieser Einschränkung zu schützen. Denn es geht bei der Definition als Kleinanleger, geht es nicht darum, ob ihr als Privatperson oder als Gesellschafter einer GmbH tradet, sondern es geht um die Einstufung als professioneller Anleger. Und das gucken wir uns noch nie an. Wie werde ich denn professioneller Anleger? Wie werde ich professioneller Trader? Hierfür müssen von diesen folgenden drei Kriterien, die ihr seht, zwei erfüllt werden. Es ist egal, welche zwei, die Kombi ist egal. Aber ihr habt hier die wahrscheinlich, die vielleicht mal Kennengröße, die für die meisten von euch oder viele von euch am einfachsten zu erreichen ist, ist Trading Frequests. Das heißt mindestens zehn Trades pro Quartal mit dem entsprechenden Finanzinstrument. Das werden viele von euch bereits tun, die zum Beispiel im Futures-Geschäft unterwegs sind. Das ist der Punkt, der am ehesten zu erreichen ist. Das zweite ist aber schon wieder ein bisschen kritischer. Liquide Mittel größer als 500.000 Euro ist eine Summe, die man nicht immer liquide parat hat. Deswegen scheitert es da schon leider etwas öfters. Und die dritte Möglichkeit, relevante Berufserfahrung von mindestens einem Jahr im Finanzsektor. Und da, wie gesagt, sind die entsprechenden Behörden auch kritisch. Also da reicht es, und das meine ich überhaupt gar nicht despektierlich, da würde es jetzt nicht reichen, ein Jahr lang, sage ich mal, im Service hinter dem Bankschalter gesessen zu haben. Da muss man schon sehr nah am echten Trading-Geschäft gewesen sein. Das heißt, eine dieser drei Voraussetzungen muss zutreffen, damit ihr als professioneller Trader eingestuft wird. Nur dann könnt ihr weiter Futures mit Nachschusspflicht, und so sind nun mal die meisten aufgebaut, weiter im Trader. Falls das nicht mehr, was das bei euch nicht zutreffen sollte, müsst ihr entweder schauen, Futures ohne Nachschusspflicht zu traden, was tatsächlich auf dem Markt extrem gering ist, da werdet ihr lange suchen müssen, oder alternativ in zum Beispiel die CFDs zu wechseln, wo das Thema bereits schon länger so ist, dass dort keine Nachschusspflicht besteht. Da waren die Regeln schon früher eingeführt. Eng genommen werden rein rechtlich Futures durch diese Anpassung mit CFDs gleich gezogen. Das ist an sich die kurze Anpassung. Und deswegen seid bitte nicht überrascht, wenn ihr im Futuresgeschäft unterwegs seid. Ab nächstem Jahr kann da leider sehr schnell in Regeln vorgeschoben werden. Genau das zu dem Thema Futures und wie es ab 2023 damit weitergeht. Das nächste Thema, und das ist leider etwas vager, da kann ich mit euch heute noch gar nicht so detailliert drüber sprechen, wie wir es eigentlich erhofft haben, weil es einfach sehr langsam vorangeht. Aber das Thema Verlustverrechnung bei Termingeschäften, das wird für viele von euch ja ein extrem relevantes sein. Weil da geht es, wie gesagt, nicht nur um Futures, wir reden hier über sämtliche Termingeschäfte, also zum Beispiel auch euer CFD-Geschäft oder wenn ihr im Optionsgeschäft unterwegs seid. Und dort, ihr erinnert euch, haben wir seit dem 01.01.2021 die Verlustverrechnungsbeschränkungen, die, wir gucken uns das gleich auf eine der folgenden Folien nochmal als kleinen Gemeinde an, aber kurz zusammengefasst einfach aussagt, dass ihr nur noch 20.000 Euro eurer Verluste mit den Gewinnen gegenrechnen dürft. Das ist natürlich bei einer Strategie, wo ihr in beide Richtungen geht, wo ihr euch absichert, extrem kritisch. Ich habe viele Kunden, die machen, fahren eine Strategie, wo ich 100.000 Euro Gewinn-Trates, 80.000 Euro Verlust-Trates habe, an sich eine tolle Sache, 20.000 Euro ein Gewinn. Nach der aktuellen Verlustverrechnungsbeschränkung leider nicht, weil ich da, wie gesagt, entsprechend nur 20.000 Euro anrechnen kann, eine viel höhere Steuerlast habe. Wie ist aktuell der Stand? Aktuell eines der meisten Themen bei uns in den Sales-Gesprächen. Was passiert mit der Verlustverrechnungsbeschränkung? Die ehrliche Antwort ist, und die ist leider etwas vage. Es gibt eine Initiative, die Verlustverrechnung wieder für Privatpersonen zurückzunehmen. Und zwar gibt es jetzt so ein Zukunftspapier, das sogenannte Zukunftsfinanzierungsgesetz, von der FDP getrieben, das ist prima unser Justizminister Marco Buschmann und Christian Lindner, die zusammen dieses Papier vorgestoßen haben und nehmen diversen Initiativen, die darin geregelt sind. Ist das für unsere Kunden relevanteste genau das, nämlich die Rücknahme der Verlustverrechnungsbeschränkung? Es ist relativ lustig, weil ich meine, dieses Gesetz kam erst durch die SPD, also unter den jetzigen Bundeskanzlerin, soll es auf dem gleichen wieder zurückgenommen werden. Deswegen, ich bin offen, ich bin nicht so ganz sicher, wann und in welchem Zeitrahmen das passiert wird. Aktuell, der Stand ist, und da gibt es auch teilweise echt Gerüchte, die anders laufen. Ich hatte schon Kunden, die mich angerufen haben, ich kann doch ab dem nächsten Jahr direkt wieder loslegen. Ist leider nicht der Fall. Es gibt weder ein Datum zum jetzigen Zeitpunkt, noch gibt es einen finalen Gesetzesentwurf. Was es gibt, ist das Eckpunktepapier und zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir uns leider darauf verlassen, dass dieses Eckpunktepapier innerhalb dieser Legislaturperiode umgesetzt wird. Wann es kommen wird oder, wenn ich sogar mal kritisch bin, ob es kommen wird, ist noch nicht final definiert. Deswegen ist das leider etwas vageausprägig. Es kann Hoffnung machen. Das heißt, wenn ihr gerade sowieso überlegt, hey, GmbH war für mich ein Thema, war aber sowieso ein Edge-Case. Ich war mir nicht so ganz sicher und jetzt ist in Aussicht, dass die Verlustberechnung zurückgenommen wird. Dann ist es okay, aktuell zu warten. Das ist ganz verständlich, aber gleichzeitig kann ich keine finale Aussage dazu machen, was dort aktuell passieren wird. Genau. Wir gucken deswegen noch mal zum Vergleich. Und zwar, das sind wie gesagt die zwei größten Informationsblöcke, die ihr für das nächste Jahr wissen müsst. Verlustberechnung noch nicht klar geregelt. Es gibt die Initiative, es gibt noch keine Entscheidung. Futures sind ab nächstem Jahr für die privaten Anleger unter euch, für die kleinen, die ihr komplett untersagt. Was wir uns mal angucken, da wie gesagt die Rücknahme der Verlustberechnungsbeschränkung noch nicht ganz durch ist, gucken wir uns noch mal einmal ganz kurz als Reminder für euch an, was es da mit Aufsicht hat und wie es in der GmbH eigentlich gehandhabt wird. Falls ihr schon in einem Webinar mit uns wart zu der Vertiefung von Verlustberechnungsbeschränkungen innerhalb der GmbH, kann das für euch vielleicht redundant sein. Dann könnt ihr da auch gerne kurz wegschauen. Aber ich denke für viele mag es noch interessant sein. Einfach mal um euch da abzuholen, was sind eigentlich Termingeschäfte? Wir reden von Optionsgeschäften, wir reden von Swaps, Devisentermingeschäften, Forwards, Futures und den CFDs. Was nicht zu den Termingeschäften gehört, sind Zertifikate und Optionsscheine. Das heißt, die könnt ihr auch bereits jetzt weiterhin privat traden und komplett eure Verluste anrechnen. Nur die obrig genannten sind die, bei denen ihr wirklich aufpassen müsst, da nicht in eine Vörelation reinzubauen. Und was haben wir eigentlich aktuell? Wir gucken uns nochmal ganz kurz an. Wir haben uns auf die Steuerlast angucken. Wir haben privat die Kapitalertragsteuer plus den Solidaritätszuschlag auf Termingeschäfte, also ungefähr wechselnd 20%. Falls ihr in der Kirche seid, kommt da noch die Kirchensteuer drauf, dann seid ihr bei ungefähr 27%. Wir haben auf GmbH-Ebene, haben wir die Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer und den Solidaritätszuschlag auf die Körperschaftsteuer. Da kommt ihr bei ungefähr 30% drauf. Das heißt, und deswegen ist das so ein interessanter Unterfangen, was gerade mit der Verlustverrechnung passiert, sollte die Verlustverrechnung wirklich zurückgenommen werden, dann seid ihr in vielen Fällen mit den Termingeschäften in Privat besser aufgehoben. Weil ihr seht es, rein vom Steuersatz sind wir in der GmbH leicht nachgehalten. Was in den letzten Jahren seit 2021 ganz viele Leute in die GmbH gebracht hat, war das Thema Verlustverrechnung. Denn dort könnt ihr weiterhin uneingeschränkt die Verluste anrechnen, während ihr auf privater Ebene nur die 20.000 noch anrechnen könnt. Und wie gesagt, wir wissen nicht, ob und wann es dann wirklich zurückgenommen wird. Was wie gesagt das Spannende an der GmbH ist. In der GmbH ist diese Verlustverrechnung komplett ausgenommen. Ihr könnt das gerne auch nochmal entsprechend in den Gesetzestexten für euch nachschauen. Ganz konkret ist es Absatz der Sephra 15 Absatz 4 im Einkommenssteuergesetz, wo es nochmal geregelt ist, dass ihr eine komplette Verrechenbarkeit der Verluste habt. Und das sorgt dazu, dass wie gesagt ihr keine Sorgen haben müsst vor Strategien, die in beide Richtungen gehen. Ihr habt, wie gesagt, auf der negativen Seite die volle Besteuerung mit 30%, aber dafür keine Verlustverrechnung. Was das konkret zahlenbasiert ausmachen kann, gucken wir uns hier nochmal ganz kurz an. Vielleicht haben einige Tabelle schon mal gesehen, sind sehr viele Zahlen, die hier aufgelistet sind. Warum mache ich das trotzdem? Weil ich es ganz wichtig finde, dass man nicht nur in der Theorie verbleibt, sondern auch wirklich mal versteht, was hat denn die Auswirkungen aktuell. Ich hoffe auch, dass keiner von euch vielleicht ungewollt in diese blöde Verlustverrechnung reingerutscht ist, weil da mag der eine oder andere bei der Steuererklärung, wenn er sie noch rückwirkend macht, vielleicht auch ein blaues Auge beibekommen. Wir gucken uns hier ganz kurz zum Fall an. Welchen haben wir aufgemalt? Wir haben einen Händler, der hat 90.000 Euro Gewinne aus Optionsgeschäften gemacht und im gleichen Jahr 60.000 Euro Verluste aus Optionsgeschäften. Also einfach gegenläufige Trades gesetzt. Das heißt, eng genommen hätten wir einen Reingewinn von 30.000 Euro bei den Trades. Was gucken wir uns an? Wir haben Software-Tools und Börsenbriefe, die haben wir mit 2.500 hier eingepreist. Wir haben Leverage-Tinsen mit 1.200. Wir haben die Kosten der GmbH-Verwaltung auf der linken Seite. Die haben wir nur für die GmbH berücksichtigt, nicht für das Privatvermögen. Das heißt, dort haben wir einen negativen Faktor der GmbH eingepreist. Wir haben Fortbildungskosten in Höhe von 5.000 Euro eingepreist und Geschäftsreisekosten in Höhe von 3.000 Euro. Warum? Jetzt gucken wir uns die Zahlen mal genauer an. Wie wird denn am Ende das zuversteuernde Ergebnis berechnet? Und auf welches reale Ergebnis komme ich am Ende? Wenn ich mir erstmal die rechte Seite angucke, das ist hier grau unterlegt, das ist die Privatebene. Und was wir auf der Privatebene sehen, ist, dass ich an sich ja einen Reingewinn von 30.000 Euro habe. Ich habe 90.000 Euro Gewinn, 60.000 Euro Verlust. Rein steuerlich, und das seht ihr ganz rechts, kann ich von den 60.000 Euro Verlust allerdings nur 20.000 Euro anrechnen. Das heißt, obwohl ich nur 30.000 Euro Reingewinn gemacht habe, wird steuerlich ein Gewinn von 70.000 Euro angerechnet. Die sämtlichen Kostenpunkte, die ich gerade aufgelistet habe, seien es eure Leverage-Zinsen, seien es eure Tools, die ihr nutzt, seien es eure Fortbildungen, können nicht eingebracht werden. Das Einzige, was auf Privatebene an Kosten eingebracht werden kann, ist der Sparerpauschbetrag bei 801 Euro. Das heißt, obwohl ihr, wie ihr es in diesem Beispiel seht, einen Reingewinn von nur 30.000 Euro gemacht habt, müsst ihr 70.000 Euro abzüglich der 801 Euro mit der Kapitalertragsteuer besteuern, seid also effektiv bei einer Steuerlast von, also effektiv bei einer Steuerlast, die sich auf die kompletten, auf diesen nicht angefallenen Gewinn von fast 70.000 Euro bezieht und seid effektiv am Ende des Tages bei einem realen Gewinn nach Steuern und nach Kosten in diesem Beispiel von knapp nur 49 Euro. Also dafür würde man sich wahrscheinlich den Struggle nicht anschauen. Auf der linken Seite haben wir eine andere steuerliche Grundlage. Wir haben eine volle Verrechenbarkeit. Das heißt, ich kann von den 90.000 Euro gewinnen die kompletten 60.000 Euro abziehen. Ich kann sämtliche Kosten abziehen und habe am Ende deswegen ein Ergebnis vor Steuern, was bei 15.000 Euro, genau, was bei 15.800 Euro liegt. Das heißt, eigentlich sogar niedriger als das, was ich auf privater Ebene habe. Da ich aber anders als auf privater Ebene nicht diese fiktiven 70.000 Euro versteuere, sondern wirklich nur die echten Gewinne nach Abschluss der Kosten, gehen von diesen Beträgen, ihr seht das hier, jeweils 14,13 Prozent Gewerbesteuer und 15,18 Prozent Körperschaftssteuer plus Soli ab. Ich bin also effektiv bei einer Steuerlast von 4.700 Euro und habe 11.000 Euro reingewinnt. Das soll ganz konkret für euch heißen. Das waren jetzt viele Zahlen. Deswegen kontaktiert uns gerne, wenn ihr euer Beispiel mal durchgerechnet haben wollt. Aber die Kernbotschaft für euch ist, wenn ihr eine solche Strategie fahrt, wo ihr Verlust und Gewinn-Trades in höherem Ausmaß durchführt, realisiert, dann auch noch, wie in diesem Beispiel, gegebenenfalls Kostenlöcke habt, die ihr einbringen könnt, dann kommt in ganz, ganz vielen Fällen ein positiver Case für die GmbH raus. Das können wir gerne mit euch erörtern. Wie gesagt, in dem Fall, wo, wie gerade bei der einen Änderung angekündigt, die Verlustverrechnung vielleicht wieder wegfallen sollte, ist es ein anderer Case. Gucken wir uns gleich nochmal an. Solange sie noch gültig ist, habt da bitte ein Auge drauf. Denn was kann denn passieren, wenn ich da nicht dran denke, das gucken wir uns jetzt nochmal ganz kurz an. Wir haben hier nochmal kurz auf Privatebene zusammengefasst. Wenn ihr das nachschauen wollt, das ist übrigens im Paragraf 20 Absatz 6 im Einkommensteuergesetz, dort ist die Verlustverrechnung geregelt. Und die sagt nochmal, wer hat das gerade schon, maximal 20.000 Euro Verrechnbarkeit. Was heißt das eigentlich ganz konkret? Das wieder sehr formell, aber ich möchte sie im Wissen gerne mit euch teilen. Hier sehen wir die verschiedenen Verrechenbarkeiten von Wertpapiertypen. Und was ihr hier seht, wir haben auf der linken Seite haben wir die Verluste aus verschiedenen Klassen, aus verschiedenen Töpfen. Auf der rechten Seite haben wir die Gewinne aus verschiedenen Klassen. Und wir lassen jetzt mal den oberen Teil aus. Wir haben hier zum Beispiel Stückzinsen, Wertpapierveräußerungen. Wir haben zum Beispiel auch Termingeschäfte bis 2020. Das mag noch interessant sein. Der Top 1, den ihr hier seht, bis 2020 konntet ihr eure Verluste aus Termingeschäften mit sämtlichen Anlageklassen unbegrenzt verrechnen. Also ihr hättet zum Beispiel auch 30.000 Euro Verluste aus Termingeschäften mit Aktiengewinn verrechnen können. Nicht nur das geht nicht, aber damit springen wir einmal in die Zeile nach ganz unten. Das ist an dieser Top 4, Termingeschäfte seit 2021. Das sah konkret aus. Ihr könnt Verluste aus Termingeschäften nicht mit Aktiengewinn verrechnen, nicht mit Gewinnen aus anderen Wertpapieren, nicht mit Zinserträgen, sondern ausschließlich mit gleichartigen Termingeschäftsgewinn. Und das auch nur bis 20.000 Euro. Das heißt, dieses Gesetz begrenzt nicht nur die Quantität der Menge, die ihr verrechnen könnt, sondern auch mit welchen Typen. Das ist der Fakt, wie es jetzt noch ist. Das heißt, wenn ihr vielleicht jetzt ungewollt in diese kleine Falle gerutscht seid für 2022, denn noch ist die Verlustverrechnung ja voll in Kraft, könnte es sein, dass wenn ihr eure Steuererklärung dieses Jahr, die Anlage Kapp macht, in eine recht blöde Situation kommt. Denn auch das ist eine nüchterne Folie, aber eine ganz, ganz wichtige, weil sie dieses theoretische Zahlenbeispiel mal ein bisschen untermauert. Ihr wollt ganz normal in eure Steuererklärung angeben, hey, wir haben jetzt mal hier ein Beispiel, wo jemand 10.000 Euro Gewinne erwirtschaftet hat. Tatsächlich ist es aber hier ein bisschen komplexer, weil ich diese 10.000 Euro als Gewinne gar nicht mehr in der Steuererklärung angeben kann. Denn es gibt hier ganz andere Anlagetypen, die hier ganz spannend werden. Und zwar, wir gucken hier eine Folie noch mal weiter, was ist denn genau in der neuen Fassung? In der neuen Fassung, wenn ihr eure Anlage Kapp macht, könnt ihr, wie gesagt, von den Verlusten nur noch 20.000 Euro anrechnen. Das heißt ganz konkret, wir haben zum Beispiel Einkünfte aus Stillhalterprämien und Gewinnen aus Termingeschäften 110.000 Euro. Verluste aus Termingeschäften kann ich lediglich mit 20.000 Euro anrechnen. Ihr seht es noch mal oben, wir haben hier ein Beispiel, 110.000 Euro Gewinntrades, 100.000 Euro Verlusttrades. Die Gewinntrades, wie gesagt, können Stillhalterprämien, können Termingeschäfte übergreifend sein, ist ungedeckelt. Die gehen erst mal komplett in die Steuerbilanz und rein. Bei den Verlusten könnt ihr übrigens die Stillhalter, könnt ihr Stillhaltergeschäfte komplett noch mit anrechnen, ihr könnt aber sämtliche Verluste aus Termingeschäften könnt ihr nicht gegenrechnen. Das heißt, von den eigentlich 100.000 könnt ihr nur 20.000 gegenrechnen. Ich habe also verbliebene Einkünfte aus Stillhalterprämien und Gewinne aus Termingeschäften. Das ist die Klassifizierung dahinter. 90.000 Euro stehen. Und das ist extrem. Das heißt, bei einem Reingesinn von 90.000 Euro habe ich in diesem Beispiel eine Steuerlast, die sich nicht auf den Reingewinn von 10.000 Euro bezieht, sondern auf einen 90.000 Euro Betrag, der so gar nicht existiert. Ich habe also über 80.000 Euro nicht ausgeglichene Verluste aus Termingeschäften. Bin effektiv also bei den 90.000 minus Sparbetrag bei 89.199 Euro, auf die Kapitalertragsteuer entsprechend zu wirken kommt, auf die der Sodi zu wirken kommt. Und komme ich hier effektiv bei einer Steuerlast von 23.000 Euro raus, obwohl ich real nur 10.000 Euro Gewinne gemacht habe. Das heißt, solange dieses Gesetz noch in Kraft ist, müsst ihr genau darauf achten, wie sich bei euch in welcher Relation Gewinn- und Verlustwelt behaltet. Sonst ist das wirklich das einzige Gesetz, was es meines Wissensstandes in Deutschland gibt, wo ihr sogar auf Verluste im schlechtesten Fall Steuern zahlen müsst. Oder auch auf niedrige Gewinne einen viel höheren Steuerlast als eigentlich Gewinne angefallen sind. Da müsst ihr einfach extrem aufpassen. Genau, und hier sehen wir das nochmal ganz konkret in dem Beispiel. Wie würdet ihr in Wirklichkeit dann eure Anlage-Cup ausfüllen? Vielleicht macht ihr das auch mit einer anderen Buchhaltungssoftware. Aber am Ende des Tages gebt ihr eure Kapitalerträge an, 110.000 Euro. Dann habt ihr hier in Spalte 24 die Verluste aus Termingeschäften, 100.000 Euro. Wie gesagt, da wird dann in der Steuererklärung automatisch nur 20.000 Euro angerechnet. Und ihr kommt auf dieses Problem, dass ihr wie in diesem Beispiel bei 10.000 Euro reingewinnen, 23.000 Euro Steuerlast habt. Also am Ende minus 13.000 Euro Saldo habt. Also eine Negativrendite erzielt habt. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr beim Ausflug der Steuererklärung auf so eine Situation stößt. Das kann leider für viele zu einer Unschuldüberraschung führen. Achtet da sehr bitte drauf, wenn ihr die Anlage-Cup ausfüllt. Genau. Ein Thema noch vorab. Und da wird es schon viel knapper. Wir haben jetzt lange noch mal das Thema Termingeschäfte uns gerade angeschaut. Wir hatten ja gerade das Thema, dass dieses Gesetz ja gegebenenfalls abgeschafft wird. Wir können noch kein Datum hin, aber wir hoffen drauf. Lohnt sich dann die GmbH überhaupt noch? Das ist eine bisschen unklarere Betrachtung. Und zwar, wir haben hier, was ihr sehen könnt, das identische Beispiel aus den Folien davor. Wir haben nur auch hier die volle Verrechenbarkeit im Privatvermögen unterstellt. Und was ihr hier seht, in dem Beispiel, ich gehe es nicht noch mal im Detail durch. Der einzige Unterschied ist, wie gesagt, auch privat haben wir hier alles miteinander verrechnen können, dass wir selbst dann in diesem Beispiel noch auf einen positiven GmbH-Case kommen. Wie kann das sein? Und das möchte ich euch noch mal als Gedankenanschluss mitgeben, weil das trifft nicht auf jeden zu. Aber selbst wenn die Verlustverrechnungsbeschränkung nicht mehr greift, ihr allerdings relativ intensive Trading-Ausgaben habt, wenn ihr zum Beispiel regelmäßig umfangreichere Trading-Coaches zur Verfügung geht. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Kunden, der sagt, er hat im Jahr ungefähr 25.000 Euro Ausgaben nur für sein Coaching. Es gibt da ja sehr intensive Möglichkeiten. Wenn ihr sagt, hey, das ist bei mir ebenfalls zu treffen, dann kann selbst nach Wegfall der Verlustverrechnungsbeschränkung noch ein positiver GmbH-Case rauskommen, einfach durch die volle Anrechnbarkeit von Verlusten. Um das aber in Detail zu gucken, solltet ihr mit uns am besten Kontakt aufnehmen, weil der Case ist nicht mehr so klar. Als die Verlustverrechnung noch kommt, also bis jetzt ist es ja noch, aber solange die Verlustverrechnung noch aktiv ist, ist es häufig ein sehr, sehr klarer Case für die GmbH. Wenn sie wegfällt, ist es ein knapperer Case und es kommt darauf an, wie viele Kosten ihr real in die GmbH umschichten könnt. Was ich nur sagen möchte, es gibt selbst dann noch ein Case für die GmbH, er muss aber detaillierter und genauer angeschaut werden. Falls ihr für euch nochmal persönlich nachrechnen wollt, wenn, wie es denn bei euch, solange die Verlustverrechnungsbeschränkung noch greift, mit der Steuerlast aussieht, könnt ihr gerne unseren Aktienrechner nutzen. Sorry, nicht den Aktienrechner, den Derivaterechner hinter sich bei uns. Und zwar könnt ihr da einfach auf unserer Website, unter der Kategorie Wissen, den Derivaterechner suchen oder ihr geht hier über die Wide.Capital, ein relativ langer Link, könnt ihr ebenfalls draufgehen und kann dort mal für eure Strategie ausrechnen, in was für eine Dimension rutscht ihr denn da. Wenn ihr noch gar kein Gefühl habt, ob das für euch relevant ist, könnt ihr hier eure Gewinntrades, eure Verlusttrades auflisten und wir rechnen für euch nach, was für eine Steuerlast habt ihr denn zu erwarten auf privater Ebene und würde sich das auf GmbH-Ebene bewirken. Genau, das ist einfach für euch nochmal mal ein Case nachzurechnen. Wenn euch das, das dient meistens als erste Tendenz, wenn ihr tiefer in die Thematik einsteigen wollt, empfehlen wir das Gespräch mit uns, dann können wir euren Case mit Eindringung aller Kosten mal wirklich gemeinsam durchrechnen. Genau, wir gucken nochmal abschließend, das ist heute nicht der Fokus, es ging heute um die Änderungen, aber wir gucken nochmal ganz kurz rauf, wie sieht es eigentlich aus, für was macht die GmbH Sinn, für was macht sie jedenfalls keinen Sinn. Bei Aktienstrategien ist die GmbH definitiv vorteilhaft, dort haben wir die 1,5% Realbesteuerung im Vergleich zur Kapitalertragssteuer. Bei Termingeschäften ist es eine leicht höhere Besteuerung in der GmbH, solange die Verlustverrechnungsbeschränkung aber noch greift oder ich Kosten einbringen kann, ist es meistens auch noch ein politiver Case. Dividenden lohnen sich nicht in der GmbH, dafür rein, Dividendenstrategien empfehlen wir eher das Privatvermögen. Bei Fonds und Mischfonds ist es nicht mehr so klar wie bei Aktien, aber immer noch steuerlich bevorteilt im Vergleich zum Privatvermögen. Was sich ebenfalls lohnt, wenn das für den einen oder anderen für euch relevant ist, ist das Thema, das seht ihr ganz unten, vermietete Immobilien, die werden in der GmbH lediglich mit 15% besteuert, während ihr im Privatvermögen im Worth Case bei eurem Einkommenssteuersatz, also gleich sogar beim Höchsteuersatz, liegen wird. Kryptowährungen ist ein Zwischending, weil ihr im Kryptobereich unterwegs seid, dort lohnt sich für unterjähriges Trading die GmbH, weil unterjähriges Trading wird im Privatvermögen mit der Einkommenssteuer besteuert, während es in der GmbH mit 30% besteuert wird. Solange ihr überjährig tradet, das heißt, euren Coin über ein Jahr haltet, lohnt sich das Privatvermögen eher, weil ihr dort nach einer steuerfrei seid. Genau. Ganz kurz, und damit mache ich nämlich auch schon den Bogen, warum erzähle ich das heute eigentlich? Viele von euch, die in den Webinaren schon waren, wissen das schon, für neue mache ich es nochmal ganz kurz. Wir von Right sind nicht als Bank hier unterwegs, sondern wir helfen euch bei der Strukturierung des Ganzen. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, für mich ist die GmbH ein spannendes Vehikel, ich habe entweder eine Aktienstrategie, die Verlustverrechnung macht mir doch noch zu viele Sorgen, auch wenn sie jetzt vielleicht aufgelöst wird, aber ich weiß nicht wann, oder ich möchte einfach generell gucken, in mein Vermögen von Privat an eine Kapitalgesellschaft zu überführen, sind wir der Ansprechpartner, der euch dabei helfen kann, das Ganze zu strukturieren und langfristig auch administrativ zu betreuen. Und zwar tun wir genau das zu Festpreisen. Denn was oft viel davon abgehalten hat, sich für eine Vermögensverwaltung der GmbH zu entscheiden, war das Thema der sehr intransparenten Preise. Und genau dieses Thema wollten wir angehen, deswegen haben wir sämtliche Service-Dienstleistungen rund um die GmbH für unsere Kunden angeboten, zu Festpreisen, damit das für euch abbildbar würde. Das machen wir dann mit Partnern wie JFB, damit die Kunden bei ihrem favorisierten Broker bleiben können und das Ganze aber in einer besseren Struktur machen können. Ein kleiner Bonus nochmal, um das Ganze zusammenzufassen, Schritt für Schritt zum besseren Vermögensaufbau. Ganz konkret, wie funktioniert das Konstrukt eigentlich, wenn ich mich für eine GmbH entscheide? Wir haben hier, das ist sehr kompakt zusammengefasst, acht Schritte für euch aufgezeichnet, wie eigentlich der Idealweg einer GmbH aussieht. Und zwar, ich gründe die GmbH, ich schließe einen Rahmenkreditvertrag mit dieser GmbH ab und führe darüber Geld in die GmbH ein. Ich bringe also meine privaten, liquiden Mittel in die GmbH ein. Ich verschiebe meine Kosten in die GmbH und probiere möglichst viele aktuell noch private Ausgaben in die GmbH überzuschieben. Das können zum Beispiel sein, eure Messebesuche, das kann das Trading Coaching sein, das kann euer Bildschirm sein, an dem ihr tradet. Das kann auch euer Schreibtischstuhl sein, auf dem ihr tradet. Das heißt also, eventuelle Tätigkeiten, die in Relation zu eurer Trading-Tätigkeit stehen. Die können als Kosten eingebracht werden und damit eure Steuerlasten nachhaltig senken. Genau, ich werde, genau, vier habe ich damit schon abgedeckt, das heißt, private Konsumansparungen in die GmbH einbringen, fünf Assets kaufen. Ich kaufe meine Assets nicht mehr als Privatperson, ich kaufe sie in der GmbH, realisiere auch die Gewinne innerhalb der GmbH und reinvestiere dann wieder. Denn ich habe in der GmbH selbst eine sehr niedrige Besteuerung oder in dem Fall Verlustberechnung, das Nichtvorhandensee an der Verlustberechnungsbeschränkung und kann dort wieder mit höheren Summen reinvestieren. Punkt sieben ist dann die Auszahlung. Da gibt es zwei Themen, die wir ansprechen. Zum Ersten sollte man die Auszahlung möglichst weit nach hinten schieben. Wir empfehlen erst, das Geld eine Zeit lang, wir reden da oft von zehn Jahren, in der GmbH arbeiten zu lassen, um es dann nachhaltig über einen Gehalt sich zurückzuzahlen. Das Spannende beim Gehalt ist, ihr könnt das als Geschäftsführer Sozialabgaben befreit machen und dadurch euch extrem steueroptimiert das Geld aus der GmbH wieder rausführen. Denn auf der anderen Seite sind die Lohnkosten, die ihr euch zahlt, in der GmbH selbst Kostenfaktor. Ihr senkt also den GmbH-Steuersatz und habt eine leichte Last auf Privatebene, das sich am Ende sehr gut ausgleicht. Was dann als achter Punkt noch eine Möglichkeit ist, die viele unserer Kunden ansprechen, wenn ihr vielleicht sowieso eine Tätigkeit nachgeht, die in die GmbH auslagbar ist. Wir haben viele Leute, die in der Beratung oder im Coaching aktiv sind. Dann könnt ihr neben eurem Trading auch andere Tätigkeiten in die GmbH einfügen. Das Konstrukt also direkt für beides nutzen und damit mit den gleichen Strukturkosten viel mehr Möglichkeiten in der GmbH nutzen. Das heißt, ganz andere Kosten einbringen, das ganze Konzept einfach noch viel breiter nutzen. Weil die Frage relativ häufig kommt, wie sieht es eigentlich konkret aus? Was kann ich mit meinem JPD-Depot eigentlich konkret machen? Was wir bei Write machen, jeder unserer Kunden kriegt einen festen Account. Über diesen Account wird die eigene GmbH gemanagt, dort werden Argumente abgelegt, dort habe ich so ein bisschen meinen Datenspeicher meiner GmbH. Und wenn ich jetzt im Fall, in diesem Fall mein JPD-Depot anbinden möchte, ist es ganz einfach, ich wähle unter dem Reiter Wertverfühlverbuchung, wähle ich meinen Roka JPD aus. Ihr könnt über euren JPD-Plattform direkt euren JPD-Token erstellen und wir kriegen von JPD selbst automatisiert eure Transaktionen zugespielt und können die komplett automatisiert verwenden. Das heißt, für euch ist es ein einmaliger Arbeitsaufwand und danach erfolgt alles automatisiert über unsere Plattform. Genau. Und jetzt war ich doch, doch, Mensch, doch, ich bin mir eine halbe Stunde rum, ich bin selbst immer überrascht. Fast schon ein bisschen länger als geplant. Deswegen an euch nochmal, das war jetzt sehr kompakt natürlich, wir gucken gleich nochmal auf eure Fragen. Wie gesagt, wenn ihr das Thema vertiefen wollt, wenn ihr jetzt durch dieses Webinar vielleicht einen kleinen Impuls bekommen habt, wo sowohl Fragen gelöst, aber vielleicht auch neue Fragen aufgekommen sind, dann nutzt gerne die Möglichkeit, entweder ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns zu buchen, das geht über unsere Website white.capital. Nicht wundern, da kommt kein DE mehr hinten dran, Capital ist wirklich das Ende. Ihr könnt es aber auch, wenn ihr sagt, ein Gespräch muss noch gar nicht sein, ich habe eine ganz konkrete Frage, jederzeit über unseren Live-Chat von 9 bis 18 Uhr kontaktieren oder uns eine E-Mail schreiben an die Fragen at white.capital, falls da noch Themen ausbleiben sollten. Und genau, damit von mir schon mal ganz vielen Dank an euch und Markus auch an dich. Genau, hier sind auch nochmal eure Daten eingeblendet. Markus, du hast zum Beispiel ein kleines Auge drauf gehabt. Sind Fragen angefallen, auf die wir vielleicht nochmal eingehen sollen? Es sind gar nicht so viele Fragen. Erstmal vielen, vielen Dank für die vielen Informationen. Du bist ja an einem Tempo da durchmarschiert. Der Helmut hatte schon spaßeshalber vorhin gefragt, ob du auch noch einen Tanzkurs belegst, weil du nebenbei immer noch so ein bisschen Workout gemacht hast beim Erzählen. Aber nein, alles gut, sehr, sehr schön. Schlussendlich, um es nochmal zusammenzufassen, wir haben natürlich mit dem Wegfall der eventuellen Verlustverrechnungsbeschränkung erstmal vermeintlich einen kleinen Nachteil für die GmbH, aber ich denke, vielleicht am Anfang denkt sich der ein oder andere Mensch, da kostet mich das ja Geld, aber auf den Long Run bin ich da immer auch der Meinung, dass so eine Vermögensverwaltende GmbH doch schon durchaus Sinn macht, gerade wenn man betrachtet, da einiges an Kosten reinzunehmen. Also es lohnt sich, auf jeden Fall mit euch in Korrespondenz zu gehen und sich da auch individuell mal führen zu lassen. Beraten ist ja immer vorsichtig, wobei in eurem Bereich dürft ihr eigentlich beraten, wie ihr wollt. Da ist es ja wirklich... Wir haben ja das Glück, wir machen keine Anlageberatung, das ist ja immer das kritische Feld. Also Markus, du kennst es, da müsst ihr immer ganz feuchtig sein. Ihr dürft, sag ich mal, wo das Gesetz ganz streng ist, ist immer darum, wenn wir euch sagen wollt, hey, investier mal in das oder das. Das ist extrem hochreguliert in Deutschland. Während was wir machen, ist das nicht, wir lassen euch traden genauso wie ihr das wollt. Wir erzählen euch nicht, wie ihr besser traden könnt, sondern wir sagen euch wirklich nur, in welcher Struktur ihr das dahinter machen wollt. Deswegen dürfen wir etwas lockerer mit dem Begriff Beraten umgehen, während ich genau weiß, Markus, dass es bei euch etwas ganz kritisch ist, weil da natürlich die Regularien noch mal deutlich höher sind. Genau, genau. Also ich will ja auch gar nicht beraten. Ich will immer nur meine Gedanken kundtun. Das ist ja mal das, was ich so jeden Tag mache. Vom Alexander kommt jetzt ein Hinweis, den muss ich mal direkt so durch vorlesen. Ich weiß nicht, ob du ihn auch lesen kannst. Geschäftstätigkeit ausweisen ist nicht ganz einfach, da Unternehmenszweck in der Satzung steht. Hinweis auch zu Negativtestat der Deutschen Bundesbank beziehungsweise BaFin-Erlaubnis. Weiß ich jetzt nicht ganz, was damit gemeint ist, aber da sitzt du vielleicht mehr in der Materie. Genau, ich kann gerne mal, Alexander, da reingehen. Also wir haben bei White, also mittlerweile das Glück, schon über 1300 DMHs in Betreuung zu haben und haben einen, also deutschlandweit anerkannten Gesellschaftszweck, über den unsere Kunden traden können, der auch BaFin-approved ist. Das heißt, die BaFin kennt uns, kennt unsere GmbHs und sie kennt den Zweck und unsere Kunden kriegen von uns bei der Gründung ihren Geschäftszweck so aufgesetzt, dass wir den genauso formulieren, dass wir für euer eigenes Vermögen die Anlage durchführen können. Was wir natürlich nicht erlauben, ist die lizenzpflichtige Vermögensanlage. Was wir zum Beispiel bewusst reinschreiben, ist, dass es um die Anlage eures eigenen Vermögens geht. Was zum Beispiel nicht in diesen Geschäftszwecken drinsteht, ist, dass ihr für andere Vermögensanlage betreiben dürft, weil das ist lizenzpflichtig, sondern, aber wir haben unseren Geschäftszweck genauso ausgelegt, dass ihr für euer eigenes Vermögen, das inkludiert übrigens auch eure direkte Familie, dass es das erlaubt, dafür die Vermögensanlage machen dürft und dafür haben wir einen Standardgeschäftszweck, der mittlerweile von uns wie gesagt nicht nur hundertfach, sondern jetzt sogar über tausendfach erprobt ist und so auch akzeptiert wird. Ich hoffe, dass er beantwortet die Frage so ein kleines bisschen. Vielleicht noch als Ergänzung dazu, ich hatte ja angesprochen, neben der reinen Vermögensverwaltung nutzen auch viele unserer Kunden die Möglichkeit einer operativen Tätigkeit, zum Beispiel der Beratung. Das machen wir dann individuell mit euch aus. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, das ist die Tätigkeit, die ich habe, kannst du mir helfen, dabei den Geschäftszweck zu definieren? Das tun wir ebenfalls. Das heißt, dann würden wir neben dem reinen Vermögensverwaltenden Geschäftszweck mit euch gemeinsam euren operativen Geschäftsverkehr. Aber das ist Teil unserer Dienstleistung für euch. Genau, da wird es ja interessant, auch was andere Kosten betrifft und so was. Das ist ja das, was den Unternehmer dann eben auch, oder was das Unternehmertum mitunter auch mal interessanter machen kann. Dass man da vielleicht steuerlich noch mal ein bisschen gegenwirken kann. Aber gut, das soll jetzt nicht die Thematik des heutigen Abends sein. Der Alexander schreibt, vielen Dank oder okay, danke. Ja, habt ihr noch Fragen zu dieser Thematik? Gerade vielleicht diese Future-Thematik, das wird der eine oder andere vielleicht auch gar nicht so richtig wissen. Du hast völlig recht, im CFD-Bereich ist das schon, ich weiß auch gar nicht, seit wann das genau jetzt vom Jahr her ist. Auf jeden Fall ist es definitiv schon ein paar Jahre. Einige Jahre her. Deswegen also auf der einen Seite ist es, sage ich mal, eine Gleichstellung, die irgendwo fair ist. Jetzt sagen wir mal, Future sind nicht mehr besser als CFDs gestellt, aber am Ende ist auch die Wahrheit, es ist halt bei beiden schwieriger geworden. Und gerade im Bereich von Futures, in CFDs, sage ich mal, habt ihr euch ja angepasst. Wenn ihr über JFD, CFDs handelt, ihr habt ja keine Nachschlusspflicht, ihr habt euch ja bereits angepasst und deswegen geht das. Die ganzen Anbieter von Futures, die haben jetzt erst mal Probleme, weil noch gibt es nur ganz wenig Broker, die dieses Modell haben, Futures ohne Nachschlusspflicht. Deswegen fällt da jetzt erst mal was weg. Ich bin selbst gespannt, was passiert in der Landschaft, was für, sage ich mal, entsprechende Lösungen gefunden werden, aber erst mal ist es ein Einschnitt. Genau, und da muss man jetzt wirklich auch gucken, was da am Ende kommt, die Broker müssen sich darauf einstellen. Ich meine, die werden natürlich auch versuchen wollen, euch als Kunden zu halten und wollen jetzt auch nicht, dass da eben reihenweise die Kunden auf einmal wegbrechen, beziehungsweise dass man Konten schließen muss oder eben am Ende, wie du schon sagst, vielleicht hat man am Ende gar keinen Hebel mehr, keine Marginanforderungen, man muss 100 Prozent hinterlegen. Da wird es natürlich eben auch teilweise wirklich schwierig mittlerweile bei den teilweise Kursständen dort mit den entsprechenden Größenordnungen. Da liegen wir im Dow Jones irgendwo bei 300.000 Dollar oder mehr als 300.000 Dollar als Beispiel mal, das ist dann schon eine Hausmarke. Gerade wenn man jetzt auch am DAX, wenn man da den Kursstand 14.000 mal 25 nimmt, da liegen wir auch irgendwo bei 350.000 Euro, 100 Prozent quasi Hinterlegung für einen Future-Kontrakt und da hat man noch keine Drawdowns und psychologische Puffer und was man theoretisch noch so braucht für sein Training mit eingerechnet. Das ist dann schon eine ganz schöne Hausmarke und jetzt ist auch die Frage hier, gut, okay, da hat natürlich die Day- und Overnight-Margin damit nichts zu tun, weil einfach der Broker, wenn er es euch erlauben würde, dann kann er es euch erlauben, er kann alles erlauben, aber er steht dann dafür gerade. Er muss dann im Endeffekt gegenüber dem Clearing beziehungsweise gegenüber der Börse Rechenschaft ablegen und die Kohle hinblättern und im Zuge versucht hat, das natürlich von euch dann zu bekommen, aber wenn er es von euch nicht bekommen kann, dann muss der Broker erstmal dafür gerade stehen, weil rechtlich ist es halt einfach dann nicht mehr so. Gut, das dazu vielleicht nochmal. Ansonsten, wenn jetzt keine weiteren Fragen kommen, war ja schon ausführlich, würde ich sagen, Jan, du bist entlassen, ich wünsche dir einen wunderbaren Abend, du hast wieder Berlin bei Nacht hinter dir, ich denke, du wirst jetzt abtauchen in die Berliner Kneipen und Barwelt, ja, und vielleicht nochmal so ein Alter wirkt. Du überschätzt, du überschätzt mein zwischenwöchiges Nachtleben, aber ich bin froh, ich glaube, man sieht es gar nicht, dass wir haben ja das Universal Studio hinter uns, dass anscheinend die Strompreise es wieder zulassen, dass wir ein bisschen Beleuchtung von hinten bekommen, das war natürlich in den letzten Wochen noch dunkel und genau, also Markus, auch von mir nochmal ganz vielen Dank, vielen Dank an euch Zuhörer, wie gesagt, ich freue mich gegebenenfalls auf ein paar Follow-ups, meldet euch gerne und genau, bis dahin, euch einen schönen Abend und allen noch eine gute Zeit. Danke dir, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, mein Lieber, schönen Abend, liebe Grüße nach Berlin, bye bye und ciao, tschüss. JFT, just fair and direct.